Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu der siebten Folge ja, Assassin's Creed und ja, ich würde mal sagen, wir müssen ja hier das hier ist Attentatsziel, Attentat auf Tamir und ich denke mal, wir gehen da mal hin wir müssen mal hoch, aber das, ich denke das erste was wir machen ist, warte, weil, Aussichtspunkt ja, machen wir mal noch, das ist das wichtigste Teil hier zack, los, zack, ok, ich dachte schon wow ne, ok nein, ich gehe einfach nur nach oben da ist der ähm zack, nach oben, weiterspringen also springen jetzt nicht vielleicht, aber einfach nach oben, damit wir synchronisieren, damit wir den Aussichtspunkt also vom Aussichtspunkt hier die Gegend abchecken jolo ja, da sind wir schon mal und nach oben ganz nach oben gehen, dankeschön richtig stehen deklasieren fertig ganz kurz warten, kann man schon ein Irrisch-Thing? nein, kann man nicht, gut ja, das ist halt ganz Damaskus alter, das sieht so heftig aus irgendwie also für 2008 ist die Gaffet echt, echt super gut so, 4 von 9 ja, so kann ich auch hier und fallen lassen fallen, fallen lassen, immer noch fallen lassen noch mehr fallen lassen los also, ja wo wir dabei fallen lassen sind fallen lassen zack zack und nach unten fallen lassen jep so also wir haben hier noch noch einen Aussichtspunkt da gehen wir schon mal hin wo ist der? da der los wo ist der? der ist da? ist das der? los wow diese logisch alles so alles so voll logisch und so zack 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 könnt ihr mal Dankeschön so und jetzt auch oben springen na komm ja Dankeschön Dankeschön das ist schon mal der Vogel und synchronisieren ja ich will das machen diesen einen Teil synchronisieren ist ziemlich wichtig fallen lassen fallen lassen wow fallen lassen fallen lassen fallen lassen mach mal Dankeschön so und wo ist das nächste? der nächste Aussichtspunkt da und da und dann können wir direkt beim Atem tatschen machen ok ok eigentlich wollte ich ihn holen nur ähm erst mal einfach nach oben hier zack zack und noch warum macht er das warum macht er das? genau hier müssen wir da hoch oder wo müssen wir hoch? ja wir müssen da hoch zack also wir müssen da hoch oder na na los na los ähm ja ein bisschen scheiße ne da nein sind verloren tot fuck eigentlich wollte ich gar nicht springen aber na gut benutzen Sie Konterangriffe wenn Sie es mit mehreren Gegnern zu tun haben um ein gut sehr toll nein ich muss halleluja läd mal schneller lad mal schneller läd mal schneller läd mal schneller witzig fahrschen aber das entdeckte habe ich ne ich dachte schon was ist nein nein da wollte ich eigentlich nicht hin ich wollte da ihr wollt ich eigentlich hin zack jetzt muss ich die ganze Zeit nach vorne naja hoffentlich ne zack naja toll das ist eure Stadt ist warum macht der das boah verstehe ich nicht eh leute ihr braucht das nicht zu verstehen ja boah geile Stimme stirrtyp zack oh ja die alte Masche ja jetzt weiß ich vorher vorher wenn sie so die Werbung kommen und so ja ich weiß was ihr braucht ihr braucht silly bang oh ja hier oben sei keine Pappnase los ok und wie kann ich da hoch wo ist sie überhaupt da hoch ja ich musste hoch aber wie ja das ist eine gute Frage ne ich ja ok da ist auch auch eine auch da guck mal zack und weiter und noch ein Stück alter erstmal ein ganz kleister gehen Und dann noch ein bisschen synchron spielen ganz schnell halt da war das klopf Ich wusste nicht, dass da aber einer wirklich ist. Na gut, okay. Wir synchronisieren über synchronisieren. Kann man das abtauchen irgendwo? Ich will aber nicht. Kann man da nicht irgendwie... Irgendwie etwas... Halt da wie immer, ne? Gut, dann machen wir halt den Todssprung, ne? Hm. Okay. Dann gehen wir mal... Ah, noch zwei Aussichtpunkte, ach du Scheiße. Ja. Hoffentlich wird es schnell gehen. Los, geh schnell. Geh schneller. Go, go, power ranger. Boah. So. Hier nach oben muss ich... Habt ihr gesehen, den Vogel? Den Vogel, habt ihr den gesehen? Gehen. Junge. Geht doch. Da muss ich hin. Ach, lauge. Das wollte ich gar nicht. Signalisieren wollte ich. So. Noch ein. Und dann... Müssen wir... Dann müssen wir... Dann müssen wir den Attentat da... durchführen. Und fallen lassen. Fallen lassen. Fallen lassen. Okay. Und da ist noch ein Aussichtpunkt... Und bei dem müssen wir auf jeden Fall stoppen... Weil das ist genau neben dem Attentat. Oh. Ach, das darf ich. Muss ich da hin? Ja, ich muss hier hin. Okay, das ist eigentlich ziemlich einfach. Achso. Gut, wir gehen hier hoch. Und weiter hoch. Und noch ein Stück hoch. Und... Noch ein Stück. Junge. Verrasche. Geh doch. Mein Junge, du bist... Los. Ah, da ist es. Ja, natürlich. Da. Nein. Das wollte ich nicht. Signalisieren wollte ich. Endlich. Wir haben alle durch. Wir haben alle Aussichtpunkte durch. Oh, es leckt ein bisschen. Ui, 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 ui. So. Alle Aussichtpunkte. Noch einen? Ach, den will ich jetzt nicht machen. Sorry. I don't do that. Zack. Zack. Ja, es interessiert mich irgendwie weniger. Kann ich hier irgendwo drunter? Geht er nicht. Nicht so hier. Gute nicht, alter. Geh ich mal hier hoch. Hier. Geh ich hier drüber. Genau, und hier. Das ist die Entschuldigung eines faulen oder dummen Mannes. Was seid ihr? Weder noch. Das sehe ich anders. Nun sagen. Was denkt ihr dazu, um euer Prozess zu lösen? Ist das er? Ist das Termin? Hm. Und das ist die Entschuldigung. Das ist die Entschuldigung. Ich sehe keine Lösung. Die Männer arbeiten Tag und Nacht. Aber euer Kunde verlangt zu viel. Und das Ziel? Eine so beschwerliche Route. Wenn ihr doch nur Waffen genauso gut produzieren könntet wie Ausflüchte. Ich habe getan, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann verlangt ihr vielleicht zu viel. Zu viel. Ich gab euch alles. Ohne mich würdet ihr immer noch für ein Almosen Schlangen beschwören. Und alles, was ich verlangte, war, dass ihr meine Befehle erfüllt. Und ihr sagt, ich verlange zu viel. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Friede, Tamir. Ich wollte euch nicht beleidigen. Dann haltet eure Zunge im Zauber. Nein, haltet ein. Einhalten. Ich habe gerade erst begonnen. Was ist die Scheiße? Ihr kommt in meinen Zug, steht vor meinen Männern und wagt es, mich herauszufordern? Ihr sollt mich kennenlernen! Nein, lasst die Leiche. Lasst euch das eine Lehre sein. Denkt nach, bevor ihr mich enttäuscht. Zurück an die Arbeit. Bitte, nur ein paar Goldstücke. Eine kleine Spende. Ich bin arm und krank und wohne. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld. Bitte. Meine Familie ist groß und geht im Sterben. Bitte, geht. Na, einfach stümperhaft. Wo habt ihr euer Handwerk erlernt? Ein paar Goldstücke. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur ein kleines Stück. Bitte. Nein, ich habe aber nicht viel mehr. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ihr müsst wohl ganz genau was für mich. Ein angenehmer Kunde. Nein, geht nicht. Du einst um mich. Nein, geht doch. Findet Frieden. Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr und euresgleichen. Mich deucht, ihr seid derjenige, der nun bezahlt. Ihr werdet nicht länger vom Leid anderer profitieren. Ihr wähnt mich einen kleinen Wattenschieber, der an der Brust des Krieges hängt. Ein seltsamiges Zufrieden. Warum ist es, wenn so viele andere das selbe tun? Dann haltet ihr euch für anders? Oh, das bin ich. Denn ich Diener einer höheren Sache als dem reinen Profil. Wie meine Brüder. Brüder? Er glaubt, ich handle allein. Ich bin nur ein Teil. Ein Mann mit einer Aufgabe. Die anderen werdet ihr früh genug kennenlernen. Sie werden eure Taten nicht leichtfertig hinnehmen. Gut, ich freue mich darauf, auch ihre Leben zu beenden. So viel Stolz. Er wird dich zerstören, Knabe. Hm. Hörte den! Hörte den! Hörte den! Hörte den! Scheiße, wo ist hin! Oh! Oh! Ha! Los nach oben. Die fl- los mann ist ganz schön dahin noch ein stück komm schon Okay. Und zack. Kein Zugang zu. Warte. Ich bin mir hier drüber. So. Genau. Juuu. Zack. Wir müssen ganz schwitz im Büro. Tamir hieß der. Ja, ich denke schon. Nein. Falsch. Kann man hier hoch? Nein, scheiße. Da. Hier kann man hoch. Da. Okay, so geht's auch. Nein. Nicht töten. Böse. Nicht töten. Ja. 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 Ich. Ich. Ja. 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 Los, zack. Hui. Also okay, ist offen. Oh, gut. Oh. Oh, scheiße. Rafiq, mich kümmert wenig, was die anderen von mir denken. Ihr wünscht, Alter, ihr. Ihr solltet Al-Mualem von eurem Sieg berichten. Sicher hat er noch weitere Aufgaben für euch. Spule vor zu aktuelleren Gedächtesabschnitten. Was wusste ich jetzt? Warum? Ziel wurde eliminiert. Zurück zu Al-Mualim. Ja, Leute. Aber das... Zu dem Al-Mualim. Das machen wir nächstes Mal. Ich denke mal, dass ihr weiterhin diese Serie gucken werdet. Weil ich finde es momentan ziemlich geil. Und ja, ich sage nur dazu, Tschüss, kids. Bis zum nächsten Mal. Euer Review. Peace.